Jordan Beats Wartere Stimme passt halt nicht zu deinem Mörder-Image Ich war Dopp-BB, befrüßt direkt mal richtig übermütig Lässt ein Crew um Stich und findet Freundschaft plötzlich überflüssig Merkt aber aber gar nicht, dass die Note keiner feiert Denn im Hintergrund von Pio und Change spielt das hier nur den zweiten Geiger Denkt ihr nicht, du hast jetzt auch mit leichten Aufwand Hits gedockt? Denn du hast nichts erreicht, nur weil jetzt einer von euch Klicks bekommen Und wieso keiner deiner anderen Teilnehmer nen Diss bekam? Liegt halt daran, dass der Rest noch weniger gerissen hat RB, alter Marix ist jetzt wieder da Droppt die Quali und zerlegt die Rapper auch mit diesem Part Scheiß auf alle anderen Rapper, weiterhin gibt's keinen Korn Wandelbassel freiggestürzt im zweiten Anlauf auf den Thron Kille weiter deiner Diener und steig weiter auf Dein Hype im VWP juckt hier weiter, leider keine Sau Neben Toten Pistonieren sehen wir das ARB Phoenix aus der Asche, wir wollen betteln, weiter leben sehen